Hallo, das ist ein Video über Dinge, die schlecht für Meerschweinchen sind. Und hier ist Lisa. Als erstes ist da die Einzelhaltung. Meerschweinchen sind Gruppentiere und brauchen Artgenossen. Und deshalb ist Einzelhaltung eine ganz schlechte Idee. Dann ein zu kleiner Käfig. Jeder kennt diese Art von Käfigen und das ist nicht artgerecht. Da Meerschweinchen sich gerne bewegen möchten und man mit einem Quadratmeter pro Tier rechnet und mindestens zwei Tiere gehalten werden sollen, sollte ein Gehege mindestens zwei Quadratmeter haben. Mit der Hand von oben zu kommen mögen Meerschweinchen nicht, da es sie instinktiv an einen Greifvogel erinnert, der sie als Beute haben möchte. Und über den Rücken zu streicheln ist für sie eine Erniedrigungsgeste. Es gibt allerdings auch Tiere wie zum Beispiel Resi hier, die das einfach mal nicht interessiert, was ich mit der Hand mache. Ihr bleibt einfach sitzen. Andere wiederum können sowas gar nicht haben. Mal sehen, wie Emma jetzt reagiert. Sie ist schneller weg, als man gucken kann. Dann das Bürsten. Meerschweinchen betreiben keine Fellpflege und können sowas gar nicht leiden. Plastikspielzeug ist gefährlich, weil es angeknabbert werden kann und Plastikteilchen verschluckt werden können. Und lauten Lärm, wie zum Beispiel laute Musik, mögen Meerschweinchen auch gar nicht. Sie haben lieber ihre Ruhe. So, das war's auch schon mit dem Video und ich würde mich über Likes und Kommentare freuen. Danke! So, das war's auch gut.